Jo Jo Jo, herzlich willkommen hier im Wildstyle Shop Hall of Fame und ich bin's Ben und ja, es ist Sonntag, Familientag, was macht man da? Man baut einen Train. Ja und wir sind hier an unserer Hall of Fame, laufen hier gerade hier. Seht ihr diese Tür da? Es wird gerade frisch verputzt, damit es schön glatt ist, ja. Und wer macht das? Es macht Mike D! Und weh, hier geht jemand rein. Aufs Maul! Mein alter Homie aus den 90ern. Ja man, ja man, alte Schule und so. Also ihr wisst, alte Sprühe von alten Zeit haben alle Glatze. Ja. Achso, achso, für die, für die. Und Arschvoll Kinder. Für die Soko und so. Ich habe nie in meinem Leben eine Dose oder so gehabt. Ja, ich mache so einen Scheiß nicht. Also die Verstehung Graffiti? Nein, Graffiti kenne ich aus dem Fernsehen. Also wir labern noch gar nicht. So, also da beschwert sich die Frau, ja. Richtig. Also wirklich, also. Ja, was? Unverständlich. Die ist die meistgesuchteste in Berlin überhaupt. Also die Frauen wissen halt nicht, wie man baut. Da sind nämlich drei Leute. Zwei Quatschen, einer arbeitet. Richtig. Falls ihr Ben One sucht, da steht einer, Mann. Ja genau, hier, hier Ben One OCW, da bist du mich halt, Alter. Ach die Sau, Alter. Also jetzt, wie gesagt, wir bauen hier einen Train. Einen Train, ein Train, ein Train. An unserer Hall of Fame. Und eingeweiht wird dieses schöne, geile Teil zum 100 Dosenbesser. Und es wird auf jeden Fall, ich sag mal, wer grinst denn da in die Kamera? Es wird auf jeden Fall, ja, das 100 Dosenbette wird auf jeden Fall genial, geil, neu und seid gespannt. Es gibt noch ein ausführliches Video dazu. Und aber jetzt erst einmal weiter an unserem schönen Familientag am Sonntag an der Hall of Fame rumhämmern. Ja, das freut uns. So, und äh, ja, kommen wir mal an die Frau. Macht Spaß? Machst du? An der Familientag? Total. So, also auch für euch mal, wenn ihr aber nicht wisst, was das zu tun hat am Sonntag, packt eure Mädel ein, geht zur Hall of Fame, baut durch einen Train. Sonntag, was macht man am Sonntag mit der Familie? Man baut einen Train an der Hall of Fame. So läuft's. Also, das war's wieder auf dem Wildsideshop. Euer Ben. Peace out! Peace out!